Das war's für heute. Auch an diesem Tanz haben die beiden seit der letzten Mastersgala hart gearbeitet. Zum einen in England und in Italien, aber natürlich auch zu Hause in Bad Homburg. Am nächsten Wochenende haben die Karabays ja auch ein Heimspiel, denn am 9. April findet zum 20. Mal das Tanzturnier im Kurhaus von Bad Homburg statt. Auch für sie jetzt eine gute Vergleichsmöglichkeit der deutschen Meister mit den Italienern Paolo Bosco, Silvia Pitot. Nach dem Slow Fox herrscht Ordnung in der Platzierung. Die Karabays auf drei. Seit klein auf sind die Geschwister eng mit dem Tanzsport verbunden. Vater Rüstem hat eine Tanzschule. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017